aus auf chips sagt das doch ja es hat ja das richtiger hat er noch total viel leben als er dann plötzlich umgefallen ist jetzt auf der karte ein bisschen so dass jetzt unser neues heim weder das oder eine höhe oder wir können natürlich auch da unten anfangen und dann können jetzt hoch bauen also wir können jetzt wirklich wir können natürlich hier oben bauen und da unten dann einfach die nach oben bauen also eine zweite etage bauen dann einfach nach rechts also dann den übergang zu nächsten höhe oder nicht auto snacks das ist ein snack machen schau schau anfangen alles alles zu roten jetzt kannst du alles roten jetzt können wir uns verstecken wir müssen alle drei machen was müssen wir alle drei würden machen doch verschiedene wanden des varianten der personen muss genau dieses beanspruchen muss wieder dreimal machen b und dann gehst du auf rough floor und dann kannst du den rough floor darlegen wo kann ich zum beispiel hier und da kommen wir ja wir machen wir gar nicht platz schütze dein gebiet in dem kalisaden errichtet 0 von 3 platziere ein holz und dann hast du da nicht so nicht das sind kann ich nur auf die flächen legen die schon liegen anderen flächen kann ich nicht legen du musst dran liegen und es darf natürlich nichts drauf sein ist keine fläche wo ich dran legen kann doch hier zum beispiel da geht nicht doch bei mir schon wo diese hier meinst du hast du hast du hast du hast du das ding ja schon angefangen angefangen ja dann also ich habe erst das ding angefangen hat dann habe ich boden gelegt ja ich kann boden legen angeblich aber ich kann ihn nur anlegen also ist keine fläche wo ich legen kann dann guck mal ob du das schlosszentrum bauen kannst und jetzt warte moment jetzt geht es jetzt ja was war der fehler muss jetzt noch mal anklicken ich habe es einmal anklicken hat nicht gereicht er muss härter klicken ja genau wie bei der färbel die nur die plärie leer ist genau mhm das ist ja wie komisch wenn du b drückst und dann nur den boden anklickst dann passiert nicht muss ja noch mal explizit anklicken obwohl er schon ausgewählt ist bei mir einmal auch bei mir auch zack fann ehrlich endlich haben wir wieder holzfadern ja verdammt die tür zählt nicht ich habe keine mauern ich habe keine mauern ich habe schloss doch hier unten ach so war das war ja auch schon da unten ja ich habe jetzt meinen schatten weg das muss ziemlich sinnvoll sein dann warten wir mal auf macht ja ich empfehle such dir einen schönen schatten ich stehe in einem schönen schatten joe baut ihn gerade ab hier drüben ist noch ganz viel holz reicht das den anzufingern da haben wir ja schon mal nebel das nebel schade das gilt aber nicht für alle das ist ein bisschen rotzig ob ihre särge hin gebaut auch das ding zu verschieben zählt nicht also interagieren reicht bei segelberg bergbank ja aber in dem fall reicht es nicht ich schmeiße euch immer der steine raus die bräuchte wahrscheinlich die schaden ja nicht genug blutessenz toll müssen außen leute töten gehen wir einfach was aus dem schlosszentrum ach da ist was drin ja da habe ich erstmal alles reingeschmissen was ich hatte ja jetzt fehlen mir natürlich die materialien für die restlichen sachen aber das kann man ja anfingern ich weiß hier noch mal mein holz ach warte du hattest steine hingeschmissen ja ja passt schon nimm sie die schade falls du sie noch nicht brauchst habe ich schon habe ich schon wie jetzt bei segelberg alles klar dann darf tex einfach hier die steine einsammeln und auch eine schade hinstellen ich bin noch bei palisale achso dann muss ich noch sag und stage naja naja ja wache wohnen da waren wir alle ja wir waren ja alle mal jung richtig wir waren alle mal vor drei minuten ja ich bin fort nein 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 kontakt ne ne ist auch snatch egal wohin das ist kein resource das ist wie hier denn Alter hab ich doch ne achso so viel Platz ok Holz 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 ich habe meinst indem die steine geschmissen die ich da hier geschmissen habe nicht dass wir hier thruhen oder so ja aber das wird mir dann ja wieder ich habe meinen hier unten in bot noch mehr holz holzi holzi holz es ist da hinter der tür er hat sich jetzt gesteckt das ist hier ok danke das ist noch so ein wo soll ich den hinbauen hier unten da wo eine schade kannst du hier mit hinstellen ja die schalen die möglichkeit und so sägewerk kannst du auch irgendwo hinstellen ich habe noch drei stein ich hatte doch 300 abgesagt alle stein so kurz mal warten ich baue noch hier brett her ach so dann brauchen wir aber mehr ich brauche mehr holz hier drin bitte nehmen wir mal holz hier rein schmeißen ins segelbild sollen wir gleich morgen nacht holz holen konstruct simple workbench machen wir die haben wir die schon ne die dafür brauche ich das holz also die bretter ich hab heute wird es nicht nein hier rein ein paar zügewerk rein ja ok dann gehen wir jetzt mal soll es machen stacks und holz und so ich bin gerade bei holz dabei im mir Okay, es geht mal. doppel und alles mögliche eine weitere neuerung das gebiet ist jetzt für uns quasi reserviert das heißt hier könnte kein anderer noch das zentrum aufbauen das gebiet hier auf dem wir bauen ja ja das war auch schon so nicht nur nicht so gesehen also du kannst kein schloss direkt da rein bauen da wo wir bauen dürfen also unsere maximale reichweite kann nicht zugebaut werden ja aber jetzt ist dieser menschheit reserviert das meine ich jetzt sieht man das auch auf der karte auf das war vorher nicht so wo uns hier eingebaut ich frage nur so irgendwo rund wo ich nicht sehe dass es runter geht durch die tür und dann links ich habe noch holz für die werkbank was brauchen auf jeden fall leder wir müssen wieder jagen geht leder und holz und ich habe noch 400 heiz in der tasche ich bringe mal den ersten menschen zählen nicht menschen trocken glaube ich keine heiz ne na ja und wir sind nicht heute also als blut ja auch nicht als fast 21 uhr bohr ja ja natürlich war das man hat ja sonst keine zeit hat sie auch keine gegner und es sind keine ein seid keine tiere das ist genauso wie der nachbar der irgendwann am sonntag hier draußen der meinung war auch ja er muss noch ein bisschen holzbearbeitung machen mann und 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 du hast du du aber ich hoffe ich glaube da ist ein an aber Ja, aber es war auch schon Weil wenn man Tiere braucht, dann ist ja keine da Blöde Tiere, die können das rießen Die sind Bölfe Wenn ein Alphasüster bescheitert, dann können wir gleich mal ein Kriegermetz hin Mit der Meere Ja, auf der Map gibt es mehrere Alphasüster Ja, auf der Map gibt es mehrere Alphasüster Ja, auf der Map gibt es mehrere Alphasüster Ah, okay Das war mir nicht bewusst Also ich habe jetzt Wie viel, also Rug Tide Oder was ist das? 400 bis 256 Wie viel brauchst du? Du kannst schon mal Was vorproduzieren Du brauchst auf die Baruchung Hast du bei der Metache getrunken? Ich dachte, das schaffen wir doch nicht Nee, absolut nicht Ich bin mit Anfänger, Gi Oh, okay Ein bisschen Holds Das haben wir nicht Schein noch Gleich ist unser Vorruf noch schön aufgeräumt. Oder so in der Art. Macht's nicht jemand um die Rüstungsprodukte? Kann ich gerne. Ich kann jetzt wieder zurück. Was war? Kann ich gar nicht gerne machen. Ich werde jetzt erst mal kurz hier unten auf die Steine zurückklappen. Oh, ich habe böse gefunden. Da! Die sind schon. Oh, das ist was fürs Gute. Was ist hier passiert? Bären-Territorium. Großmächtig bei der Puh. Das war auch neu. Also so ein Bären-Territorium ist neu. Einmal platierte Knochenrüstung für alle. Ich habe. Okay. Einmal für alle außer Otter. Dann brauche ich mehr Knochenschutz, Armbrust und so. Bringt ihr eure Rüstung, dann könnt ihr neue machen. Ich hätte das perverse Glück genau richtig genug heute dabei zu haben. Ja, ich habe noch 200 übrig. Ich lege die mal mit in die Bank. Das ist gut, weil das ist ja auch schon abgebaut worden. Bleib hier rein. Jemand will dich anziehen. Hm. Ich werde noch ein anderes Erkranknis. Ich werde dich essen. Da wirst du nicht satt von. Das hoffe ich doch. Wir haben ja schon einen satt. Was denn Sati-Territorium? Einer reicht deutlich, dass es richtig ist. Ein Exterior-Growing-Plot? A Small-Growing-Plot for Seeds? Okay. A Small-Growing-Plot. Ein Exterior-Growing-Plot. Ein Exterior-Growing-Plot. Ein Exterior-Growing-Plot. Da kann ich das dingetisch sein. Ein Exterior-Growing-Plot.